Hallo zusammen, ich bin der Dennis, ich bin 29 Jahre alt, Schauspieler, lebe hier in Berlin und ich würde mich selber als überhaupt nicht eitlen Schauspieler bezeichnen. Auch entscheide ich, ich meine, akzeptiere ich jede Entscheidung eines Casters absolut professionell und im kleinen Moment mein Handy klinge. Was? Was? Es hat nicht geklappt? Und wieso? Blond und blauäugig? Naja, ich könnte mir ja die Haare färben. Und es gibt ja auch blaue Kontaktginsen. Entschuldigung, eben, ich bin ein sehr pflegeleichter Schauspieler. Ich weigere mich, diese C-Fühle, dann muss ich das auch so spielen. Also, bis jetzt waren alle sehr begeistert über die... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ja, und ich bin wirklich sehr textsicher. Am Set habe ich wirklich überhaupt keine Allüren. Ich bin bekannt als ein sehr pflegeleichter Schauspieler, der sich die... Ich habe einige Lücken in meiner Vita. In dieser Zeit habe ich versucht, Popstar zu werden. Außerdem habe ich überhaupt keine Probleme bei Nacktszenen und habe tänzerisch ein bisschen was drauf. Ja.